Was war der volatilste Aktienmarkt der Welt im Dezember? Die Wall Street und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Markeflüster. Ja da hat es ja richtig heftig gekracht an der Wall Street im Dezember. Wer auf Hedgefonds gewettet hat, die auf steigende Volatilität spekulieren, der hat so viel Gewinne gemacht wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und in vielerlei Hinsicht war dieser Abverkauf, den wir im Dezember gesehen haben, die stärkste, die heftigste Korrektur seit der Finanzkrise. Auch sichtbar, etwa hier im Bullish Percentage Index, den ich schon gezeigt hatte heute Morgen im Videoausblick. So wenig Aktien wie seit der Finanzkrise nicht mehr hatten Kaufsignale gegeben anhand gleitender Durchschnitte nur 11%. Dann sind wir auf diese Unterstützungslinie gekommen und es ging wieder nach oben. Wir haben jetzt ein paar Verbesserungen der Marktsituation, die dafür sprechen, dass diese Erholung, die derzeit stattgefunden hat, noch weitergehen wird. Wir haben zunächst mal eine Bewertungsfrage. Was wir hier oben sehen ist der S&P 500, jetzt aktuell mit einem Kursgewinnverhältnis von 14,6. Das ist okay, das ist eben nicht mehr so himmelhoch jauchzend, wie wir das noch vor allem in 2018 gesehen hatten, respektive in 2017. Wir sehen hier etwa den Topics mit dem japanischen Index, der neben dem Nikkei der entscheidende ist in Japan mit einem Kursgewinnverhältnis von 11. Wir haben beim MSCI Emerging Markets, also dem relevanten ETF, das die Schwellenländer, die Emerging Markets abbildet, ein Kursgewinnverhältnis von 10,4. Also die Aktienmärkte sind jetzt nicht mehr so richtig teuer. Mit Ausnahme vielleicht der Amerikaner sind die Bewertungen fast überall doch deutlich, deutlich nach unten gekommen. Und jetzt haben wir eben doch einige Faktoren, die sich verbessert haben. Wir haben auf der einen Seite die beruhigenden Worte von Jerome Paul, der sagt, wir bleiben flexibel. Wir gucken mal, ob wir vielleicht mit der Bilanzreduzierung was machen, wenn es sein müsste. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber jedenfalls entgegenkommen seitens der Fed. Dann haben wir diesen China-Stimulus gesehen mit der Senkung der Mindestreservesätze, aber auch einige andere Andeutungen der chinesischen Führung, die dafür sprechen, dass man versuchen wird, Liquidität in die Märkte zu pumpen. Dann hängen sich die Märkte an der Hoffnung auf, dass die heute begonnenen Gespräche in Peking zwischen einer amerikanischen und einer chinesischen Delegation gut verlaufen könnten. Die Hoffnung ist wohl nicht ganz berechtigt, aber bis das klar ist, dürfte da vielleicht noch was gehen. Dementsprechend haben wir da so eine leicht aufgehellte Situation. Die Erwartungen an die Berichtssaison in den USA, die ja Mitte Januar beginnt, sind deutlich zurückgekommen. Dann haben wir zum Beispiel Benzinpreise, sind seit Oktober 20% in den USA gefallen. Das ist so eine kleine Steuererleichterung praktisch für die Amerikaner. Also all das spricht dafür, dass wir möglicherweise noch nicht fertig sind mit dieser Erholung. Und schauen wir uns mal zum Beispiel hier folgende Grafik an, die mir gerade entschwunden ist, wenn sie denn wiederkommt. Und da ist sie. Hier sehen wir als mögliches Kursziel hier den Bereich um 2620 Punkte, 2625. Das wäre noch so, naja, um und bei drei Prozentchen, die wir ohne weiteres noch nach oben gehen könnten. Dann würden wir hier auf diese Widerstandszonen stoßen und hätten da also noch ein bisschen Platz. Viele Hedgefonds, viele Profi-Investoren, die sind schon ein bisschen unterinvestiert nach dem Massaker im Dezember. Aber wir haben eben auch die Situation, dass wir beim S&P jetzt etwas gemacht haben, was relativ regulär ist, sage ich mal. Wir haben den Widerstand angelaufen, sind dann drüber gekommen, sind heute dann im Tagesverlauf nochmal auf diesen ehemaligen Widerstand jetzt Unterstützung aufgesessen und gehen von dort aus nach oben. Ist das aber jetzt die große Trendwende, selbst wenn wir ein bisschen nach oben gehen? Nein, dafür spricht einfach zu viel. Erstens der technische Schaden, der hier passiert ist, der ist schlichtweg zu groß. Und dann haben wir vor allem auch die Tatsache, dass auch wenn die Fed jetzt ein bisschen dorfischer spricht, dann eben die Bilanzreduzierung ja erstmal weitergeht. Das heißt, die Liquiditätssituation wird tendenziell schlechter. Das verhindert, dass die Kurse hier durch die Decke schießen. Dann dürfte es eben so sein, dass wahrscheinlich in der Berichtssaison die Unternehmen dann ihre Ausblicke senken. Das dürfte der Wall Street nicht gefallen. Und wir haben dann die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Gespräche nicht so wirklich konstruktiv verlaufen zwischen den USA und den Chinesen, weil man einfach zu weit auseinander liegt. Sollte Trump wirklich einen Deal machen, dann ist es ein Plastikdeal. Dann wäre es sozusagen nur ein Deal, um einen Deal zu machen, nicht um wirklich seine Kernpunkte durchzusetzen. Und da fehlt mir noch der Glaube, dass das so passiert. Jetzt schauen wir uns die Dinge in den Charts doch mal an. Da sehen wir hier den DAX, der jetzt ein bisschen aufholen kann, der heute nicht so wirklich gut in Form war. Wir sind unter die 10.700er Marke gegangen, eigentlich ohne wirklichen Grund. Denn so schlimm waren die Futures in den USA jetzt nicht wirklich, dass man da so hätte abtauchen müssen. Jetzt so langsam, wenn der DAX jetzt gesehen hat, dass die Wall Street nicht wirklich runterkommt, da hat er sich entschieden, ein bisschen mit nach oben zu gehen. Wie gesagt, aktuell 10.767. Schauen wir uns den Dow Jones an. Den S&P hatten wir ja schon gesehen. Sind wir bei 23.600. Nach diesem herben Abverkauf hier im Tageschart sehen wir, dass die Dinge hier wieder jetzt nach oben gehen, dass wir höhere Verlaufshochs wieder machen. Das alles spricht dafür, dass wir hier noch Luft nach oben haben, dass wir hier noch weiter gehen können mit diesem Anstieg. Der Nasdaq hier im Bild sieht noch ein bisschen stärker aus. Wir haben heute ja die Meldung, dass Apple bzw. Amazon jetzt die Nummer 1 in Sachen Marktkapitalisierung ist. Apple heute übrigens wieder relativ schwach, dennoch der Gesamtmarkt relativ gut. Wir haben Euro-Dollar, nachdem wir einen relativ schwachen ISM-Index Dienstleistung gesehen haben. Und der ist wirklich wichtig, denn Dienstleistung ist ja das, was in den USA wirklich zählt. 70% der Wirtschaft besteht aus Dienstleistung. Dementsprechend natürlich hier so eine Bestätigung der These, dass sich die Dinge langsam auch in den USA eintrüben sollten. Das reflektiert Euro-Dollar ein bisschen mit 1,1466, aber wir haben hier halt einen großen Widerstand in dieser Zone 1,1480 bis 1,15. Da muss die Gemeinschaftswährung erstmal drüber kommen. Dann haben wir noch Gold, das aktuell bei 1,287 handelt. Relativ wenig bewegt in letzter Zeit und der Öl kann sich ein bisschen weiter erholen. Im Gefolge des besseren Marktsentiments, eigentlich ohne große Nachrichten, was da passiert. Also es ist so ein bisschen ruhig heute, es ist so ein bisschen so ein Warmlauf. Man hat das Gefühl, die Liquidität ist noch nicht so riesig da, obwohl jetzt eigentlich mehr und mehr Marktteilnehmer zurückkommen müssten. Aber man versucht sich erstmal zurecht zu ruckeln. Wie gesagt, die Chance ist eigentlich gut, dass da noch was nach oben kommt. Die Unterinvestition ist groß, der Schmerz war zu groß, die Überverkauftheit war zu groß. Das spricht dafür, dass hier noch was nach oben gehen kann. Aber andere Faktoren eben, technischer Schaden, Bilanzreduzierung, weitere Bilanzreduzierung der FED, etc. Handelskriege, die sind ja nicht gelöst. Mit hin sind also die wirklichen Probleme nicht gelöst. Was wir hier sehen, ist alles das, was im Rahmen einer technischen Erholung normalerweise passiert. Nicht mehr und nicht weniger. Jedenfalls ist der Bullenmarkt, den wir seit der Finanzkrise ja gesehen haben, der ist erstmal passé. Wir werden wahrscheinlich einen volatilen Seitwärtsmarkt haben. Gut für Trader, aber für langfristige Investoren eher ein Problemchen. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Abend und sage Tschau.